einmalig spiele plante plante ist weg du sollst zaubern nein zaubern was geht meine pflanze falsch um geht die nicht weg und was mache ich damit gesundheit eine riesige schlange können schlangen tatsächlich nicht nähen? geht das? rot blau gelb grün rot blau gelb grün wie wird das hier immer mehr zeug? kann das sein? ja sorry Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ich brauche eine Lampe. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, Gott, bin ich blöd. Alter, der kann das ja umdrehen, der hat ja einen Schlüssel. Rod! Aber ein Licht. Der Rod geht ein Licht auf. Jetzt brauche ich wieder den da. Dann könnt ihr die Lampe da hochdrehen, dann geht das oben auch weg. Aha, und da brauche ich Hermine. Sag mal. Hast du das doch irgendwie gelassen? Geht doch. So, Hermine. Nein. Ach man. Dann. Da. Nein. Ähm. Genau. Oh. Oh, voll ins Gesicht. Oh. 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 So, ich kontrolliere den da noch, ne? Ja, so prachtig. So, naja. Das kann nur Ron. Und jetzt brauche ich wieder Sehner. Einmal Rundere. Brauche ich wieder Ron. So. 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 Sorry, bye. So. 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 Ich weiß ja was der gegen ist. Der gegen den Schlag ist. Hey Ron hat einen Fisch aus seiner Hose geholt. Was ist das? Das kann es vireckig sein. Ah, eine Weasley-Kiste. Rohan. Oh, da ist was drin, das habe ich genau gesehen. Wer? Nein, Mist. Abgerutscht. Geil. Erst mal eine Runde angeln. Wen habe ich geangelt? Albert Runcorn. Wer? Ach der! Wer hat nen Namen? Ach, hier bin ich, was ist das denn? Was bist du denn? Was? Was? Wichtig. Da ist noch eine. Nein, geh weg! Was? 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 Ich geh einfach. Ich geh. Nö. 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 Ciao. Ich mache übrigens gleich mal eine kurze Pause, ne? Klingel-Klingel-Klingel. Tschüssi-de-dee. Hey, ich hab eine Katze. Hey, ich hab eine Katze. Trink damit sich Pause lohnt, oha. Au, jetzt lass doch den Scheiß mal. Hier reicht's. Komm, Storpsauger. Alter, das ist zu weh. Ich kann mich nicht wehren. Ich werde verprügelt. Trinken ran. Wann ist grad nicht da? Mikro macht mich arbeitslos. Aua. Wie viele sind das hier denn? Und warum sterben die nicht? Ach, doch nicht. Ich bin Witsch. Pack den Vogel weg. Ich weiß, wie ich mich manchmal kühle. Oh. Geil. Zeiturschein. Hermine Tasche. Tritts Taschentai. Wasser. Warum hat sie eigentlich eine Badewanne mit einer Spinne drin dabei? Mann. Oh, noch nicht. Ich bin hier. Es muss nicht rein. Oh, Moment. Nein. Rot. Äh. 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 Entschuldigung, die Badewanne, die Badewanne! Ach da! Boah, ein Kläuschen! Da fehlt ein Schlüssel. Ich weiß jetzt aber nicht, wo ich einen Schlüssel herbekommen soll. Du bist frei! Frei! Gib mir dein Eis! Weiter! Vorsicht! Geht weg! Geht weg! Hallo! Hallo! Aber vor! Genau! Ich hab seinen Namen vergessen. Aber ich vergesse ja öfters meinen Namen. Voldemort zum Beispiel. Yeah! Back in Hogwarts! Spook warts! Spook warts! Spook warts! Was mache ich dann? Was mache ich dann? Ah! Ah! Oh! Ta-da! Kiste! Hi! Was geht? So! Die Vorhermine! Und ihre Tasche! Und ihre Tasche! Welchen Namen vergisst du nicht? Meinen eigenen? Guten Morgen! Aufstehen! Hi! Und die Vorhermine! Und die Vorhermine! Und die Vorhermine! Und die Vorhermine! Wie? Und die Vorhermine! Und die Vorhermine! Die Vorhermine! Das gibt einen großen Dreck. Guten Morgen! Da, alle wach. Ah, nee, da, bokehle, seh' man nicht kaputt. Nein, das geht. Guten Tag! Ich habe einen Zauberstach. Yeah! Es ist Zeit für ein Duell. Y-Span! Und ich beschwöre... Exodia! Gewonnen! Oh Mist. Daneben! Daneben! Hier in den Schrank. Nein! Mist! Wache Zauberer! Wohooo! Ah! Das war knapp. Da muss ich noch so eine Lobstatue holen. Da! Tadaa! Und ein Tisch für Snake. Ich habe keine Exodia gesehen. Exodia! Die Exodia hatte den Tatumhang an. Ich habe die Schloss vermisst. Ja, ne? Ich auch. Ich habe den extra größer genäht für Exodia. Ich brauche auch mehr Emotes. XDD Ja. Ich habe den Schrank. Ich habe den Schrank. Ich bin mir nicht die Möglichkeit. Ich habe den Schrank. Oh Gott, das ist ein Schrank! Ich habe den Schrank. ja die steigen bestimmt auch irgendwann wieder die mode rennt ja nicht weg oder